Musik Im Herbst können Sportvereine Sterne ernten. Mit den besten Bewerbungen in Bronze und in Silber. Symbolisch. Möchten Sie erfahren, wie das geht? Ich möchte Sie ganz herzlich heute hier im Haus, nicht mehr der Gera Bank, sondern der Volksbank, IG Gera Jena Rudelstadt, zur Preisverleihung für die Sterne des Sports 2015 herzlich willkommen heißen. Die erste Überraschung gleich zum Auftakt. Dieser regionale Ehrungsabend im Glanze der Sportsterne in Bronze war Mitte September 2015 praktisch der letzte öffentliche Auftritt der Gera Bank. Der bewährte Aktionspartner fusionierte mit der Volksbank Saaletal. Das soll natürlich positive wirtschaftliche Folgen haben. Aber nun? Die künftige Bank erstreckt sich über ein Geschäftsgebiet so ziemlich genau von 100 mal 100 Kilometern. Also von Seelingstedt kann man sagen im Osten bis nach Neuhaus im Westen und von Kamburg im Norden bis nach Lobenstein im Süden. Also es sind insgesamt über 400.000 Einwohner in diesem Geschäftsgebiet. Und wir sehen uns da schon als genossenschaftliches Kreditinstitut auch weiterhin stark in der Verantwortung. Wir haben insgesamt 29, also knapp 30 Bewerbungen gehabt. Da jedoch die Ausschreibung der Sterne des Sports für beide Banken noch getrennt gestartet ist, werden wir auch die Prämierung in diesem Jahr nochmals separat vornehmen. Sportvereine sind unverzichtbar. Sie führen Menschen zusammen und sie leisten tagtäglich große Arbeit. Wie wichtig die Vereinsarbeit ist, das sehen wir auch gerade in diesen Tagen, welche große Herausforderung für uns als Gesellschaft, für unsere Bevölkerung steht. Und da können natürlich auch die Sportvereine insbesondere eine unwahrscheinlich wichtige Arbeit leisten. Deshalb ist der heutige Tag für uns ein ganz besonderer Tag, für die Sportvereine aus unserer Region und für unsere Bank. In diesem Jahr lag das Interesse bei den Sternen des Sports mitzumachen im Durchschnitt der Vorjahre. Acht Vereine haben sich mit ihren Projekten beworben. Die einreichenden Vereine haben sich sehr große Arbeit und Mühe mit diesen Bewerbungen gemacht. Jeder, der auch irgendwo was schreibt oder was dokumentiert oder Pressearbeit macht in den Vereinen, der weiß das sehr gut, wie schwer das oftmals den Vereinen fällt, das aufzuschreiben, was im Ehrenamt eigentlich so tagtäglich geleistet wird. Es gibt unendlich viele Medaillen, Trophäen, Siegerurkunden, Meisterehrung. Sie würdigen eben den in der Regel, der am höchsten gesprungen ist, der am schnellsten gelaufen ist oder bejubeln letztlich die Mannschaft, die am Ende die Tore schoss. Und die Sterne des Sports, die sind da ganz anders. Bronze bedeutet, die meisten wissen sogar schon von Ihnen aus den Vorjahren, nicht der dritte Platz, sondern Preisvergabe auf Regionalebene. Silber gibt es dann im Landesausscheid in Erfurt. Die Veranstaltung findet dann in kürzender Staatskanzlei in Erfurt mit ministerialer Begleitung statt. Und Gold letztendlich in einer ganz tollen Veranstaltung in Berlin. Der Deutsche Olympische Sportbund und die Volksbanken und Raiffeisenbanken möchten mit den Sternen des Sports das Bemühen der Vereine um ein gut funktionierendes gesellschaftliches Miteinander ehren. Und folgende Sportvereine haben sich im Jahr 2015 mit ihren Projekten um die Sterne des Sports beworben. Der Fanfarenzug Gera e.V., der Reit- und Fahrverein Kur Busen, die Seniorensportgemeinschaft Ronneburg, der SSV Gera 1990, Tanzen e.V., der TSV 1880 Gera Zwützen, der VfL 1990 Gera und der Voltischirverein Gera St. Ganglow. Ich möchte jetzt aber nicht weiter auf die Folter spannen und nun zu den Prämierungen für die kleinen Sterne des Sports in Bronze kommen. Auch in diesem Jahr sollten mit Respekt vor den Bewerbervereinen alle Platzierten neben einer Urkunde mit einer Geldprämie von 200 Euro belohnt werden. Dennoch, bei jedem Aufruf lagen natürlich Spannung und Hoffnung in der Luft. Denn die letztgenannten drei würden die kleinen Sterne und eben den großen Bronzenenstern auf regionaler Ebene mitnehmen. Die Entscheidung über Rang 4 und 3, also zu einem der kleinen Sterne, muss der Jury um Olympiasiegerin Heike Drexler in Gera besonders schwer gefallen sein. Schließlich wurde nach den für 2015 geänderten Bewerbungsvorgaben dazu ein umfassenderes Vereinsporträt gegen ein konkretes Projekt abgewogen. Vielleicht das Handicap dieses Ausschreibungsjahrgangs. Am Ende hatte der Voltischirverein Gera St. Ganglow mit der Integration anderer Sportarten und deren künstlerische Elemente für seine Kürübungen sehr knapp das Nachsehen gegenüber einem anderen Pferdesportverein. Also Rang 4. Und dann. Starten wir also mit Platz 3. In Korbusen bei Gera gibt es eine Frage, die früh geklärt sein sollte. Pferdeschwanz oder? Schweiß und Mähne. Das erklärt dort Bürgermeister Manfred Lambrecht höchstpersönlich gern schon den jüngsten Interessenten und künftigen Experten. Also? Einfach Schwanz da zu tragen. Für den Vorsitzenden des Einheimischen Reit- und Fahrvereins eigentlich kein Problem. Weil die Lösung lockt auch viele Kinder, Jugendliche und deren Eltern auf den Reiterhof zur alltäglichen Freizeitgestaltung mit Partner Pferd. Sogar oder erst recht in den Ferien. Und der RV Korbusen hätte nun für sein Bemühen gar zu gern einen der Sterne des Sports als Belohnung. Ich glaube, wir haben uns einen Stern verdient, weil wir uns sehr für die Kinder und Jugendlichen unserer Region engagieren, besonders in Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen. Weil wir gerne das Geld für Übungsleiter-Tätigkeiten nutzen würden. Weil wir sportlich aktiv sind und somit unsere Woldi-Gruppe fördern können. Ich finde, wir sollten gewinnen, da wir nächstes Jahr unser 20. Reiterfest haben und dafür viele neue Ideen geplant haben. Das sind eine Menge Stich- und Reizworte auf einmal. Die Korbusener haben viel vor. Wir sollten also ein paar Argumenten genauer nachgehen. Das beginnt im Zwergenland der Kindertagesstätte nicht unerwartet mit einem wilden Ausflug ins Grüne. Kita-Leiterin Kirstin Strauß macht sich dafür liebend gern zum Anführer. Aber ob so ein Papros am Stiel auch Äpfel frisst? Das ließe sich für die Mädchen und Jungen am Hofe spielend leicht klären. Er bietet uns als Kindertagesstätte an, dass wir auf den Reiterhof gehen können, die Tiere erleben. Pferde, Ponys, Esel, dass die Kinder die Tiere auch streicheln, füttern. Das sind die Kühe, das sind die Gänse, die Hühner. Also alles können die Kinder beobachten zu jeder Zeit bei jedem Wetter und viele Wärte-Sportler. Und mit den Übungseinheiten auf dem Steckenpferd hat es auch eine tiefere Bewandtnis. Siehe Korbsener Reiterfest. Dessen jährlichen Termin am 1. Juli-Wochenende kann man sich gern anschreiben. Voila, und da sind auch schon unsere kleinen Ritter. Die wollen, wie alle Reiter und Kutscher hier, ihren Familien und Freunden gern zeigen, was sie inzwischen mit ihren Vierbeinern gelernt haben. Was einst als kleines Fest angedacht war, entwickelte sich längst zur großen Party. Mit einer Disco am Samstag und dem repräsentativen Showprogramm zum lieben Sonntag. Da geht jedenfalls die ungarische Post ab. Da hilft Partnerpferd, etwas anders geritten, Tore zu öffnen, imaginäre Rinderherden zu jagen und allerlei Hindernisse zu meistern. Da tanzt das Glück bei zünftiger Musik für Reitersleut. Da rollen die Kutschen mal nicht als Kremser. Und da gibt es auch noch die ganz sicher mit viel Aufwand einstudierte Quadrille. Also beim Reiterfest in Korbusen ist immer ordentlich was los. 2016 erst recht, weil dann Jubiläum sein wird, das 20. Aber Reiten ist in Korbusen immer und überall. Kinder kommen gern zum Probieren und bleiben zunehmend öfter auch zum Voltigieren. Da gibt es inzwischen, je nach Alter und Leistungsvermögen, zwei Trainingsgruppen. Und weil Uschi und Sindbad, Uli und die anderen Hufeisenträger natürlich jederzeit und viel Pflege brauchen, zählen hier am Hofe nicht nur die Reitstunden, die man in der Woche und am Wochenende zur Ausbildung genießen kann. Den Alltag lernen die Mädchen und Jungen von der Pike aufkennen. Striegeln, kratzen, wohl auch mit einigem Mut, wenn man es erst lernt. Naja, und Schmusen gehört freilich auch dazu. Sollte einer meinen, das mache nicht Appetit auf mehr, der schaue bei solcher Gelegenheit gern mal in der Kutscherstube nach. Da klären die kleinen Helden vielleicht auch unsere Frage. Nein, Pferde, Schwanz und Schweif ist der Punkt, keine Frage. Als Ansporn für die weitere Umsetzung der anspruchsvollen Ziele möchten wir den Reit- und Fahrverein Corbusen, den kleinen Stern des Sports in Bronze und für seinen dritten Platz einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro überreichen. Dann die offenbare Entscheidung mit dem Einspiel des Videovereinsportraits zum kleinen Sternerang 2. Sie sollen bei den Triathleten vom TSV 1880 Gerhard Zwülzen die neuen Aushängeschilder sein. Junge Leute, die zum Teil seit Jahren in frischer Art das Klima im Verein mitbestimmen oder auch durch persönliche Verbindungen bzw. als Quereinsteiger in Wettkampfmannschaften gekommen sind. Und die 2015 eine bemerkenswerte Regionalligasaison in ihren Vereinsfarben hingelegt haben. Ja, ich denke, weil wir mit unserem Regionalligateam, wo wir dieses Jahr die Männer und die Frauen so zusammengebracht haben, zu einem großen Team schon was Cooles für den TSV gemacht haben, was es sonst jetzt noch nicht so gab. Fragen wir dazu etwas genauer. Charlotte hat einen für ihre Generation im Verein noch typischen Einstieg genommen. Früher war ich aktive Schwimmerin und ich wollte am PowerSkathlon teilnehmen, an der großen Veranstaltung hier in Gera. Und ich habe aber keine Partner gefunden, also keinen Radfahrer und keinen Läufer, da ich damals sehr jung war, das war 2011. Und da habe ich mich dann kurzerhand entschlossen, selber mal zu starten und das hat mir dann auch ziemlich gut gefallen. Damals war die Abteilung Triathlon erstmals offensiv auf der Suche nach Talenten. Arbeitsgemeinschaften wurden erprobt. Gera Dix-Schüler starteten bei der Premiere von Jugend trainiert für Olympia auf Landesebene. Überraschend viele fanden den Weg zum Traditionsverein mit seiner gerade neu strukturierten Sparte. Vor allem junge Männer waren die ersten sympathieheischend strahlenden Vorbilder. Robin, Theo, David, Thomas, Sebastian oder auch Katrin Puth. Erfolgreiche Aktive als Übungsleiter. Die Grundlage für ein Generationenwachstum miteinander. Mittlerweile wächst die nächste Generation an Übungsleitern und Trainern heran. Ich freue mich da immer, wenn ich Jugendliche, die ich in meiner Trainingsgruppe hatte, jetzt sehe, wie sie selbst ihr Wissen weitergeben an noch Jüngere. Und das ist einfach super. Ja, sicherlich. Das macht dann halt auch in gewisser Maßen stolz, wenn man dann jetzt sieht, ja, in der Zeit, wo man sie trainiert hat, haben sie dann das und das gelernt. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Ja, die aus der ersten eigenen Nachwuchstruppe sind nun Aufgewachsene und suchen in ihrer Entwicklung mit Ehrgeiz nach neuen Aufgaben oder Bewährungsproben. Damit setzte wohl eine Neuorientierung der TSV-Triathlon-Philosophie ein. Weil wir bei den Triathleten durch die beiden Regionalliga-Teams Männer und Frauen den jungen und jugendlichen Sportlern im Verein eine Perspektive geben, dass sie weiter beim Sport im Triathlon bleiben können. Weil die Besonderheit bei uns ist, dass sowohl ältere Hobby-Sportler als auch junge Weltmeister bei uns gemeinsam trainieren. Eine Mischung, die auch Sponsoren anlocken kann, um zum Beispiel Starts in den Wettkampfliegen finanziell zu ermöglichen. Und, wenngleich das ehemals eher den Gera Männern vorbehalten schien, die sich damit sogar als Kader für andere Teams in der Bundesliga empfehlen konnten, mittlerweile zogen auch die Athletinnen wettkampforientierter nach. Was ich auch so toll finde und auch relativ einzigartig, dass wir Mädels haben, die 16 sind, die noch in die Schule gehen, über Studierende, über Arbeitende bis hin zu Müttern, die 40 sind und das alles in einem Team. Wir können uns gut präsentieren, nicht nur beim Power-Triathlon. Für das laufende Jahr möchte man sogar sagen, vom Saisoneinstieg vor heimischer Kulisse bis zum Liga-Finale. Kein Wunder, dass so auch das Selbstbewusstsein gewachsen scheint. Womit glaubst du, dass die Triathleten so einen Stern des Sportsverdienstes haben könnten? Ich denke, dass wir Triathleten den auf jeden Fall dieses Jahr verdient haben könnten, weil wir durch unsere Präsenz nach außen auch für die Stadt Gera viel geleistet haben. Die Männer beschlossen die Regionalliga Ost 2015 auf Rang 4. Das Frauenteam hat sich als Tagesfünfter noch punktgleich mit dem HSV Weimar auf Rang 6 im Mittelfeld etabliert. Blickrichtung nach oben. Wir möchten den TSV 1880 Gera Zwützen e.V. für das Projekt Triathlon für die Region. Zwei starke Teams für Gera, den kleinen Stern des Sports in Bronze überreichen. Verbunden damit ist ein Geldbetrag in Höhe von 1000 Euro und eine Urkunde. Herzlichen Glückwunsch. Damit wartete ja nur noch ein Kandidatenverein auf Mini-Porträt und Preise. Kids sind die Kinder von heute und das Future-Team eine Mannschaft, der sich größere Perspektiven öffnen sollen. Soweit sind die Gruppennamen beim SSV Gera 1990 schon ziemlich up-to-date heutig. Und dennoch. Mann und Frau Trainer kennen da gute Gründe, sich für künftige Erfolge sowohl auf vielseitige neue Ideen, auf Vorbild und Anziehungskraft aktueller Stars als auch auf so manche starke Tradition zu berufen. Da gibt es also auch schon für kleine Renner aufwendig top-organisierte Rundfahrten von nationaler und sogar internationaler Akzeptanz mit fast 300 Startern, bei denen sich die SSVer mit dem Nachwuchs namhafter Vereine messen können. Im jüngsten Bereich ist das der Kids Cup für Laufradstrampler und Hobbyminis. Für die etwas älteren lizenzierten Renner hier die nun auch schon 13. Ost-Thüringen-Tour. Beide werden gemeinsam alljährlich auf Straßen aus Thüringer Städte ausgetragen. 286 Grundschuljungs und Mädels probierten 2015 mit Spaß und Freude zum 10. Male auf der Radrennbahn im Martinsgrund und kämpften miteinander um den Olaf-Ludwig-Pokal. So wie ihn Schulamt und SSV Gera im Verein mit dem einstigen Olympiasieger Friedensfahrtkönig und Tour de France Etappengewinner als Sportpaten ins Leben riefen. Ja, jeder hat mal angefangen und ich freue mich natürlich, dass die Teilnehmerzahlen immer besser werden. Wir haben es heute nicht als allerbeste Wetter, aber ich glaube, wir haben noch einen Teilnehmerrekord und es ist erstmal egal, mit welchem Fahrrad ist es überhaupt gut, dass man sich auf dem Fahrrad bewegt oder dass man sich überhaupt bewegt und da freue ich mich drüber. Und wohin schrieb der nicht schon alles Autogramme? Talentsichtung heute? Auch. Gut, die richtigen Talente gibt es wirklich ganz, ganz wenige, aber von jedem Zehnten, der hier fährt, ist einer dabei, wo du sagst, okay, der hat Talent oder bringt erstmal Potenzial mit. Wenn ich auch hier die Kids sehe und denen ins Gesicht schaue und auch drüben an den Stationen mit bin, die haben alle viel Freude, viel Spaß und da ist die Riesen-Schulsichtungsmaßnahme, das Olaf-Lutwisch-Pokal ist Tradition und ich bin sehr, sehr froh und auch stolz, dass ein Gera hier auch noch ist. Gefragt ist aber zunächst erst einmal Mut zum Ausprobieren, allgemeine Geschicklichkeit und natürlicher Ehrgeiz im Wettstreit für die Einzelwertung und den Mannschaftswettbewerb der Gera-Schulen untereinander. Mancher kennt sich auch schon ein bisschen besser aus auf der Radrennbahn, weil er ja vielleicht bereits in einer der fünf vom Verein geleiteten Schul-AGs geschnuppert hat. Diese Projekte verbinden den SSV 1990 mit Patenschulen aus Gera und den umliegenden Kreisen, ohne Zwang für die Kinder, deswegen Vereinsmitglied werden zu müssen. Doch noch einmal zurück ins Frühjahr 2015 und zur Gründung des Future-Teams. Dem versuchen mehrere Sponsoren das Rückgrat zu stärken, vorerst mindestens vier Jahre. Darauf zielen auch kontinuierliche Verbesserungen an den Bedingungen im Trainingsumfeld. Folgerichtig wird so zum Beispiel den Aktiven des Ende 2012 berufenen Kids-Teams eine Perspektive angezeigt. Die aktuell nominierten U15-Talente sollen möglichst zielstrebig wie behutsam beim SSV Gera aufgebaut werden. Im besseren Fall sind dann auch als Junioren oder Männer und Frauen noch deutsche Meister darunter. In der U15- und U19-Klasse hat das mit Titelgewinnen auf Bahn und Straße durch Annes Spregode und Sebastian Schmiedl oder mit mehrfachem Landesmeistergold in diesem Jahr bereits gut geklappt. Und wer weiß, vielleicht gelten ja Sie bald als Sterne am Radsport-Himmel, wie aktuell Ihre Paten, Helfer und Vorbilder André Greipel, John Degenkolb, Robert Förstemann oder auch René Enders und Hanka Kupfernagel, die in Gera einen Teil ihrer ratsportlichen Ausbildung genossen haben. Mögen also die Talente weiter als sportliche Sterne oder Stars für ihre Stadt leuchten und den Nächsten wieder den Weg in die Radsportstadt Gera weisen. Ja, wir möchten den SSV 1990 Gera e.V. für das Projekt Kinder und Jugendlichen Freunde am Radsport vermitteln, den großen Stern des Sports in Bronze überreichen. Verbunden damit ist ein Geldbetrag in Höhe von 1.500 Euro, eine Nominierung zum Landesausscheid und eine Urkunde. Und meinen herzlichen Glückwunsch, die Karten zur Landesprämierung gibt es schon. Am 21. Oktober wird die Veranstaltung in der Thüringer Stadtkanzlei in Erfurt stattfinden. Auf welche Sportarten und Projekte wird man da im Landesvergleich stoßen? Und war es das dann für die unterlegenen Sternebewerber? Sie haben schon viel Vorarbeit geleistet, indem Sie die Unterlagen nach den acht Kriterien aufgearbeitet haben und so weiter. Bitte lassen Sie die Arbeit auch nicht für umsonst gewesen sein. Ich möchte Sie ermutigen, bewerben Sie sich im nächsten Durchgang der Sterne des Sports wieder mit. Sie sehen es auch, im letzten Jahr im zweiten Platz. In diesem Jahr hat es geklappt zu dem Sieg und zur Teilnahme dann bei dem Ausscheid auf Landesebene. Im April wird also die Ausschreibung für die nächste Runde erfolgen. Also bitte nehmen Sie auch alle wieder mit teil und sichern Sie sich zumindest diese Chance.